Willkommen bei TAPE TV. Wir senden heute aus einer Bar und das bedeutet sechs kurze sechs Fragen steht an mit Adam von Royal Republic. Fühlt Spaß, ich hab ein bisschen Angst. Du benutzt Songs von Boy Groups als Warm-up für deine Shows. Boy Groups? Ja, jeden Tag. Du kannst mir sagen, wer der beste Boy Group aller Zeiten ist. Ich liebe die Backstreet Boys. Ich liebe es. Für wirklich? Ja. Warum? Kaui ist so sexy, AJ hat einen schönen Beard. Let's drink something, natürlich. Skull. Das war gut mit der Beard, denn meine nächste Frage ist über deine Beard. Meine Beard, ja. 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 Hast du es gefragt, Heil Kogen für ihn zu benutzen? Ah, das war so. Wer ist das? Heil Kogen, der Wrestler? Der Wrestler? Du kennst nicht Heil Kogen? Nein. Ich weiß nicht. Kann ich? Ja, schau ihn auf Google. Ich bin ein Pussy, ich kenne nicht Wrestling. Ich höre auf Backstreet Boys. Okay, gut. Ja. Schnaps. Schnaps? Schnaps. Gut. Tschüss. Also, wie viele trinken musst du mit jemandem, die Sie mit den Hives comparezieren? Haha. Ja. Ich kann das selber machen. Ja. Ja. Die erste Mal, jemand kam zu mir und sagte, du kennst, du kennst mich, du kennst mich von Hives. Und ich dachte, oh, wirklich? Awesome. Cool. Das ist kein Problem für uns. Wir sind nicht wirklich egal. Wir haben nie wirklich keine Ahnung. Wir haben nie versucht, dass wir nichts Original oder komplett Neues machen. Wir machen einfach gute Musik, was auch immer. Wenn wir wie Hives sind, dann bin ich cool mit dem. Also, du bist nicht der Hives. Das ist der Punkt. Ja. Post? Ja. Oh, ja, bitch. Okay. Wir royale. Oft. Ja. Wir müssen jemanden heiraten, die sie nicht wirklich lieben. Also, was andere Grund, als Liebe, wissen Sie, dass jemanden heiraten? Ich brauche jemanden, um das Haus zu bezahlen. Ich habe diese Vision von einem Haus in meinem Haus. Aber ich kann es nicht. Ich bin in dieser Band und wir haben keinen Geld. Paris Hilton. Paris Hilton? Ja. Oh, sie ist eine B***h. So, wir müssen ein Drink. Wir müssen ein Drink? Ja, noch einmal. Hit mich. Cheers. So. Sweden ist bekannt für eine hohe Ranking von Suicide. Aber du bist sehr glücklich. Ist das, weil du in anderen Ländern tourstierst? Wow. Ich bin glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich habe über einen Elk gehört. Ein Elk? Der Elk hat sich zuerst zuerst zuerst. Ja, aber Elk hat sich zuerst 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 zuerst. Warum? Sie einfach raus und durch die Straße gehen. Cheers zu den Menschen. Cheers zu den Menschen. Die sind glücklich. Drink. Drink. Okay. Cheers zu dir. Cheers. Scherefe in Türkisch. Scherefe. Okay, cheers. So. Next one. Yep. The quote of your biography says that founding the band was exciting like trying to grab your girlfriend's titties for the first time. Yeah. It's moving on from grabbing the titties to actually putting your fingers inside. You know. It's like warm. American Pie has always said it better. I can't quote it. But still. We love each other. We really, we really love each other. And we love this thing that we have going. It's like a big gay couple consisting of four people. Are you gay? No. It's cool. Yeah, you are? No. I'm not. If you're gay, it's cool. I'm okay with it. Okay. Cheers. Cheers to you. That's it. Ah. 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 Also, ihr habt's mitbekommen. 6 kurze, 6 Fragen. Wir werden auch in anderen Bars sein. Flystalker bei euch um die Ecke mit Künstlern wie Adam von Royal Republic. Ah. Und dann wüsste ich wohl, ihr merkt es, wie man Hulk Hogan einem anderssprachigen Künstler verständig macht. Weil er kennt den Typen. Schau mal, und der kommt aus Köln. Haha, er ist vom Klon. Haha, fuck it, man. Haha. What? Just joking, man. Whatever, whatever. You wanna die? Haha, yeah, 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 yeah. So, one more. One more Leder Meister. Hey guys, I just wanted to tell you all that I actually do know who Hulk Hogan is. This guy was like a Hulk Hogan. Hahaha. Yeah, yeah, Köln guy. Okay, funny. But still, I do know who Hulk Hogan is. Don't mess with him. Was bedeutet, wir sind raus. Sechs kurze, sechs Fragen. Adam von Royal Republic. Alles klar, vielen Dank bei TED TV. Raus!